Justi gibt es, weil wir der Jugend in der Schweiz ein besseres Bild geben wollten über diese sehr vielfältige Berufswelt. Um bei Justi gut reinzupassen, muss man einfach man selbst sein und wirklich Bock haben, grosses zu erreichen. In Justi stehen die meisten junge Menschen, die sich mit viel Freude, Energie und Motivation für das Thema duale Berufsbildung einsetzen. Teams für Abused ist ganz etwas anderes, das habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Alle sind mega offen, man kann zusammen diskutieren und es macht einfach Spass. Der Perfekt Match ist so wichtig, weil wenn man früh am richtigen Ort landet, in der richtigen Firmen, im richtigen Team, kann das lebensverändernd sein. Justi.ch ist ein Lehrstellenportal. Bei uns finden die Jugendlichen passende Lehrstellen und das Ziel ist auch, dass die Lehrbetriebe passende Jugendlichen finden. Die Lehr ist ein wichtiger Grundfilter für die berufliche Laufbahn und dort unterstützen wir mit Justi.ch. Wenn du bei Justi schaffst, wirst du immer von allen Seiten unterstützt und auch der Chef hält dir immer den Rücken frei. Ich denke, Justi tickt vor allem mit jungen Leuten. Das ist eines der Erfolgsfaktoren, dass wir sehr nahe an der Zielgruppe sind. Unser Ziel ist, dass der Lehrbetrieb und Schülerinnen und Schüler perfekt matchen. Bei Justi wird man als der Mensch gesehen, der man ist und gewertschätzt und die Fähigkeiten, die du mitbringst, werden gesehen und immer gefördert. Also du hast hier alle Chancen, die du möchtest. Wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020